Friedrich Nietzsche schreibt nicht nur in Zur Genealogie der Moral über seine eigenen Bücher, dass diese nicht leicht zugänglich sind. Er meint, das bloße Lesen seiner Aphorismen reicht nicht aus, sondern man müsse sie vor allem auslegen, was eine Kunst für sich darstellt. 1885 schreibt er, Wer zum ersten Mal ein Werk von Friedrich Nietzsche liest, der kann aufgrund dieser Vielschichtigkeit des Philosophs schnell verzweifeln. Nietzsche ist keiner, der rein logisch argumentiert oder Abhandlungen schreibt, immerhin sind die für Esel- und Zeitschriftenleser, sondern er legt mehr Wert darauf, mit Metaphern, Wortspielen und Anspielungen etwas auszudrücken, einen Gedanken zu provozieren, eine Weisheit zu vermitteln oder ein Gedankenkonstrukt zum Zusammenbruch zu bringen. Dementsprechend ist eine von Nietzsches bekanntesten Metaphern die des Philosophierens mit dem Hammer. Sein Werk Götzendämmerung trägt sogar den Untertitel, wie man mit dem Hammer philosophiert. Aber was genau meint der vielschichtige Nietzsche damit, wenn er schreibt, dass er zum Philosophieren einen Hammer benutzt? In einem anderen Video habe ich erklärt, dass es den wohl größten Fehler beim Lesen von Nietzsche darstellt, wenn man in seinen Ausführungen entweder eine Systematik sucht, die nicht da ist, oder aber keine erkennt, wenn eine da ist. Um das zu verhindern, muss man Nietzsches Werke öfters lesen. Ja, man muss sie nicht nur lesen, man muss sie verstehen, man muss sie wiederkeuen. Deshalb schreibt Nietzsche in Zur Genealogie der Moral am Ende des Vorworts, Freilich tut, um der Gestalt das Lesen als Kunst zu üben, eins vor allem Not, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist. Und darum hat es noch Zeit bis zur Lesbarkeit meiner Schriften, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht moderner Mensch sein muss, das Wiederkeuen. Auch seine Metapher mit dem Philosophieren mit dem Hammer muss man deshalb auf mehrere Arten lesen und verstehen. Für die erste Lesart aber darf man sich nicht zu einer Überinterpretation verlocken lassen und den Hammer als das nehmen, was er ist. Mit all seiner Polemik zerstört Nietzsche die angeblich vorurteilsfreie Philosophie des Westens, von Sokrates bis Kant, das gesamte Christentum und schließlich sogar die Moderne. Die Götzendämmerung als Begriff ist außerdem eine Anspielung an die Götterdämmerung. Die Götterdämmerung beschreibt die Weltuntergangskatastrophe der germanischen Mythologie und auch Richard Wagner nach diesem Motiv den vierten Teil seines Rings der Nibelungen benannt. Im Vorwort der Götzendämmerung heißt es, Diese kleine Schrift ist eine große Kriegserklärung und in seiner Autobiografie Ecke Homo wird Nietzsche später schreiben. Das, was Götze auf dem Titelblatt heißt, ist ganz einfach das, was bisher Wahrheit genannt wurde. Götzendämmerung. Auf Deutsch, es geht zu Ende mit der alten Wahrheit. Wenn auf diesem Titel also folgt, wie man mit dem Hammer philosophiert, dann ist der Hammer bei Nietzsche durchaus ein Werkzeug zum Zerschlagen und Zerstören alter Werte, alter Wahrheiten und alter Annahmen. Der Hammer als Werkzeug eines mächtigeren Willen akzeptiert sie nicht und spricht ihnen schonungslos eine jegliche Existenzberechtigung ab, bis sie in Trümmern liegen. Das allein reicht aber zum Verständnis der Hammer-Metapher nicht. Denn man muss den Hammer Nietzsches nicht nur als einen Vorschlaghammer interpretieren. Den wesentlich kleineren, sogenannten Perkussionshammer, setzen Ärzte ein, um anhand des Schalls beim Klopfen auf Körperteilen Probleme zu erkennen. Klingt etwas hohl oder seltsam, können die Ärzte auf eine Fehlfunktion schließen. Nietzsche wusste von diesem medizinischen Gerät und beim Lesen des Vorworts der Götzendämmerung finden sich viele Anspielungen darauf. Ein Spruch, dessen Herkunft ich der gelehrten Neugierde vorenthalte, war seit langem mein Wahlspruch. In Crescund animi, virescid volnere virtus. Eine andere Genesung, unter Umständen mir noch erwünschter, ist Götzen aushorchen. Es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Das ist mein böser Blick für diese Welt. Das ist auch mein böses Ohr. Hier einmal mit dem Hammer Fragen stellen und vielleicht als Antwort jenen berühmten hohlen Ton hören, der von geblähten Eingeweiden redet. Welches Entzücken für einen, der Ohren noch hinter den Ohren hat. Für mich alten Psychologen und Rattenfänger, vor dem gerade das, was stillbleiben möchte, laut werden muss. Was das Aushorchen von Götzen anbetrifft, so sind es diesmal keine Zeitgötzen, sondern ewige Götzen, an die hier mit dem Hammer wie mit einer Stimmgabel gerührt wird. Es gibt überhaupt keine älteren, keine überzeugteren, keine aufgeblaseneren Götzen. Auch keine hohleren. Nietzsche spielt in diesem Abschnitt mit einigen medizinischen Begriffen. Er schreibt von der Wundkraft oder den geblähten Eingeweiden. Wenn er also hier schreibt, er will mit dem Hammer an den Götzen ansetzen, um zu zeigen, wie hohl sie in Wirklichkeit sind, wie aufgebläht sie sind und warum sie als Scheinriesen verirrt werden, dann meint er damit nicht den zerstörenden Hammer, sondern den der physiologischen Untersuchung. Überhaupt sind das Physiologische, die Gesundheit und das Leben wiederkehrende Elemente bei Nietzsche. Er spricht des Öfteren von der großen Gesundheit oder vom Christentum als einer Krankheit. Etwas kann dem Leben zuträglicher sein oder kann das Leben hemmen. Aber am schlimmsten sind für Nietzsche diejenigen Götzen, die sich als ewige Götzen maskieren. Deshalb muss man diese nihilistischen, lebensfeindlichen Systeme erst einmal diagnostizieren, bevor man sie zerstören kann. Nietzsche sieht sich selbst aber nicht nur als Physiologen, sondern auch als Psychologen, der noch hinter den Ohren Ohren hat und deshalb die Klänge der hohlen Götzen zu interpretieren weiß. Als Psychologe will Nietzsche die Krankheit einer dekadenten europäischen Kultur festmachen und stellt das tatsächliche Leben allen psychologisch enttarnten moralischen Werten gegenüber. Denn die Götzen, allen voran die Moral, machen die Menschheit nur kränker, obwohl sie vorgeben, zu heilen. In der Götzendämmerung spricht er deshalb sogar von der Moral als Wiedernatur. Jeder Naturalismus in der Moral, das heißt jede gesunde Moral, ist von einem Instinkte des Lebens beherrscht. Die Wiedernatürliche Moral, das heißt fast jede Moral, die bisher gelehrt, verehrt und gepredigt worden ist, wendet sich umgekehrt gerade gegen die Instinkte des Lebens. Sie ist eine bald heimliche, bald laute und freche Verurteilung dieser Instinkte. Indem sie sagt, Gott sieht das Herz an, sagt sie Nein zu den untersten und obersten Begehrungen des Lebens und nimmt Gott als Feind des Lebens. Der Heilige, an dem Gott sein Wohl gefallen hat, ist der ideale Kastrat. Nur mit dem ärztlichen Perkussionshammer lässt sich ein Götze auf diese Weise enttarnen und daraufhin psychologisch und physiologisch behandeln. Doch es bietet sich noch eine dritte Interpretationsalternative an. Zuletzt ist der Hammer bei Nietzsche nicht nur etwas Zerstörendes oder etwas zur Diagnostik Verwendetes, sondern ebenfalls etwas Schöpferisches. In Jenseits von Gut und Böse, das den Titel Vorspiel einer Philosophie der Zukunft trägt, schreibt Nietzsche von den zukünftigen Philosophen. Die eigentlichen Philosophen aber sind Befehlende und Gesetzgeber. Sie sagen, so soll es sein. Sie bestimmen erst das Wohin und Wozu des Menschen und verfügen dabei über die Vorarbeit aller philosophischen Arbeiter, aller Überwältiger der Vergangenheit. Sie greifen mit schöpferischer Hand nach der Zukunft und alles, was ist und war, wird ihnen dabei zum Mittel, zum Werkzeug, zum Hammer. Ihr Erkennen ist Schaffen. Ihr Schaffen ist eine Gesetzgebung. Ihr Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht. Gibt es heute solche Philosophen? Gab es schon solche Philosophen? Muss es nicht solche Philosophen geben? Und hier beißt sich die Schlange in den Schwanz. Wenn der Hammer genauso aufbauen, wie er zerstören kann, dann ist dieser Hammer nichts anderes als seine eigene Bedingung, sein Auf- und sein Niedergang. Der Hammer selbst ist ein Sinnbild für den Willen zur Macht, der sich ebenfalls immer wieder aufbauen und zerstören muss, um als antagonistisches Element existieren zu können. Kein Wert ist stark, wenn er sich nicht an etwas messen und schließlich für einige Zeit durchsetzen kann. Damit ist der Hammer auch ein Symbol der ewigen Wiederkunft desgleichen. Und so schreibt Nietzsche in seinen Fragmenten 1884 in Anspielung auf diese ewige Wiederkunft der schwerste Gedanke als Hammer oder noch eindeutiger die Lehre der ewigen Wiederkunft als Hammer in der Hand der mächtigsten Menschen. Denn nicht nur der Zerstörer und der Arzt besitzen einen Hammer, sondern auch der Künstler. Außer im Titel und in der Vorrede schreibt Nietzsche in der gesamten Götzendämmerung nur noch einmal vom Hammer und zwar in einem direkten Bezug zu seinem Zarathustra. Dort schreibt er erneut von den Eigenschaften, die man besitzen muss, wenn man ein Schaffender sein will. Die Werte der kommenden Kultur sollen nämlich keine Hohlen sein, die man am dumpfen Schlag mit dem Diagnosehammer erkennt. Sie sollen die nächsten Jahrtausende prägen, sie sollen wahrhaft edel sein und benötigen daher eine Härte mit sich und gegen sich, eine Härte, die erschaffen und zerstören kann, die das Leben und die Sinnlosigkeit des Lebens akzeptiert und sich selbst mit dem Werkzeug des Hammers einen neuen Sinn schafft, nachdem es alte überwunden hat. Dafür braucht sowohl der Mensch als auch der Hammer eine Härte, die den eigenen Auf- und Niedergang akzeptiert, denn alle geschaffenen Werte werden mit dem Hammer schließlich wieder zerstört werden und ein mindestens ebenso harter Hammer wird nach deren Zerstörung wieder zum Aufbau neuer Werte dienen. Der Übermensch wird sterben und sein Nachgänger wird auf noch höhere Berge steigen. Auf den Mittag folgt die Mitternacht und Saratustra will wieder Mensch werden. Oder, wie Saratustra selbst in einfacheren Worten sagt, Und wer ein Schöpfer sein muss im Guten und Bösen, wahrlich, der muss ein Vernichter erst sein und Werte zerbrechen. Zum Schluss noch einmal die angesprochene Stelle aus der Götzendämmerung, in der der Hammer selbst zu Worte kommt. Der Hammer redet. Warum so hart sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle? Sind wir denn nicht nahe Verwandte? Warum so weich, o meine Brüder, also frage ich euch, seid ihr denn nicht meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen, so wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbittliche? Wie könntet ihr einst mit mir siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und schneiden und zerschneiden will, wie könntet ihr einst mit mir schaffen? Alle Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs. Seligkeit auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz, härter als Erz, edler als Erz. Ganz hart allein ist das Edelste. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch. Werdet hart! Also sprach Zarathustra. Ich lese an, die Ich lese das und das